Die Videos der Woche für euch in einer Minute, los geht's! Es gibt ein weiteres Drauger Grab mit jeder Menge Rätsel und eine weitere Drachenklaue in Skyrim. Wir erkunden ein Secret Level in Shadow Warrior Classic Redux und da sind wir auch im Duke Burger unterwegs. Was wäre man ohne seine Zuschauer? Von denen bekomme ich im Black Desert richtig tolle Unterstützung und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Wir sind unterwegs im Verbotenen Wald wieder einmal und müssen Bubotubler einsammeln, eine ziemlich ekelhafte Angelegenheit in Hogwarts Legacy. Wir sind erneut im Void Quest Dungeon unterwegs in Persona 4 Golden, um ein paar Items zu farmen, die wir dringend benötigen. Eine ziemliche Schweinerei, diesmal in Lego City Undercover, aber zur Belohnung bekommen wir auch das nächste Job Outfit. Und selbstverständlich gibt es auch den täglichen Booster bei mir zu sehen, Origin Online darf auch nicht fehlen und am Ende der Woche gibt es ein Sammelkartenspezial. Ich hoffe die Inhalte gefallen euch und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns!